Es war der zwölfte Tag im September 2017. Wir trafen uns zusammen mit mehr als 70.000 im Olympiastadion. Einem Ort in München, den ich sehr liebe. Ganz sicher waren auch viele andere aus Augsburg gekommen. Wir mussten Geduld haben, bis Ordnungskräfte uns hineinließen. Und ich glaube, jeder beim Warten hatte irgendwann einmal diesen Gedanken. Was, wenn jetzt solche kranken Ideen? Die Droge, die wir genommen hatten, wirkte sofort. Sie hieß Rolling Stones und eine andere brauchten wir nicht. Am Schluss waren sich vermutlich die meisten einig. Das gehörte zum Besten. Nein, es war das Beste, das ich an Rockmusik erlebt hatte. Ich brustete sogar auf Facebook, was ich selten tue. Thanks God. Thank you Stones. Lange hielt dieses Glücksgefühl an. Eigentlich ist es immer noch da. Und damit, vier Tage später, in Augsburg, an einem Samstagnachmittag, sollte er aus München Besuch zu uns kommen. Und er kam auch. Aber, es war ein erbärmlicher Haufen von ca. 50 Leuten. Und ich musste die ganze Zeit an Mick, Keith, Ron und Charlie und die anderen denken. Ich hatte die Zeilen Please to meet you im Kopf. Aber nein, hier hatte keine irgendeine Sympathie für den Teufel. Just call me Lucy, versammt Mick. Und ich musste unweigerlich daran denken. Und weiter. I'm in need of some restrained. Ich muss gezügelt werden. Ja, das müssen die. 1.500 zu 50. Im Sport würde man von einem Kantersieg sprechen. 1.500 Menschen aus Augsburg wehrten sich beeindruckend gegen maximal 50 Pegida- und AfD-Ädioten, die auch noch aus München angekarrt wurden. Und die saßen oder standen doof herum, guckten sich in Dauerschleife einen billigen, banalen Film an. Und die, was weiß ich, 500 Polizisten hätten bestimmt auch lieber etwas anderes gemacht, als diesen elenden kleinen Haufen zu beschützen. Mick, sing für uns. Diesen Schwachsinn will ich aus dem Kopf kriegen. 1.500 besorgte, namenlos und bekannte Gesichter waren gekommen. Sogar der Oberbürgermeister. Den zwölfjährigen Jungen, der sich mir regelrecht aufdrängte, filmte ich nicht. Obwohl er auch nochmals stolz in die Kamera erzählt hätte, dass er und seine Familie als Flüchtlinge aus der Ukraine hierher kamen und dass er, wenn er durfte, die AfD wählen würde. Weil die, die jetzt kämen zu seinem Vater, mit seinen Leuten nicht vergleichbar wären und nur schmarotzen wollten und was weiß ich. Auch das Brandstifterpärchen filmte ich nicht, dass ich kurz vor dem Abmarsch der 50 Armseligen aus der Gruppe löste, über die Absperrung kletterte, um dann Hand in Hand im Gemengen der Maximilianstraße unterzutauchen. Zuvor hatte ich ihn immer wieder beobachtet, wie er seinem armseligen Haufen Anweisungen gab. Brandstifter machen sich die Hände nicht schmutzig, arbeiten lieber unbemerkt im Dunklen und lassen die anderen den Dreck machen. Ich wäre denen ein Stück gefolgt, aber der Polizist ließ mir nicht vorbei, trotz Presseausweis. Wer mit dem Handy filmt, wird eben nicht ernst genommen. Und außerdem würde ich mich strafbar machen, wenn ich ihn filmen würde. Mir wurde es zu blöd. Und ich machte mich auf den Heimdienst. Well now, what can a poor boy do, think, Nick? Am Köl stieß ich dann nochmals mitten rein ins Leaky Augsburg Town, wo immer noch unzählige, aufrechte, 50 schwachsinnige Verjagten. Hier gibt es doch noch einen Platz für. Bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 hatten in meinem Stadtteil nur, was heißt nur, 6,4 Prozent Rechtspopulisten gewählt. Das ist weniger als die Hälfte, verglichen mit dem Bundesdurchschnitt. Ich gehe jetzt noch lieber durch mein Viertel. Von den Spinnern rufen wir nach. So can't God always what you want. Bleibt, wo ihr seid. Kommt nicht mehr nach Augsburg. Ihr kriegt nie, was ihr wollt. Was ist ja cool? Was ist das? Was ist das? Was ist das?